Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, in dem euch die Strecke in Jerez im Audi R8 LMS GT3 näher bringen möchten. Und zwar wird euch unser Fahrer Massimo einmal mitnehmen auf eine schnelle Runde und das ganze anschließend noch mal in langsamerem Tempo erläutern. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Woche nehmen wir euch mit auf eine Runde auf Jerez, wieder im Audi A8 LMS GT3 für die Fanatec GT3 Challenge. Wir fahren hier bereits auf Turn 1 zu und suchen uns hier links diesen weißen Strich aus bzw. der Beginn des Curbs auf der linken Seite als Referenz für unseren Bremspunkt. Ihr könnt ja sehr stark in die Bremse gehen. Wie ihr seht, könnt ihr auch sehr viel von der Strecke mitnehmen. Es gibt hierbei keinen Auftrag, wenn ihr euch so weit nach links bewegt. Hilft ein bisschen die Kurve ein bisschen aufzumachen. In dem Fall bin ich hier im dritten Gang geblieben. Ihr könnt zur Not auch den zweiten nehmen. Wird euch helfen, ein bisschen mehr Rotation ins Auto zu bekommen. Dabei darauf zu achten, dass ihr den Hinterreifen nicht zu sehr strapaziert. Selbst wenn die Rennen nur 20 Minuten gehen, ist die Gefahr recht hoch, dass ihr eure Reifen zu sehr strapaziert und überhitzt. Darum ist es meiner Meinung nach hier in der Kurve ein bisschen besser, im Renngeschehen den dritten Gang zu nehmen. Einfach nur, um den Reifen ein bisschen zu bewahren. Wir versuchen hier auf dieses blaue Stück zu kommen innerhalb des Curbs. Wie ihr sehen könnt, ihr könnt auch relativ früh wieder aufs Gas gehen. Und könnt euch hier am Exit richtig schön weit raustragen lassen. Habt ihr noch ein bisschen Spielraum, natürlich nicht zu viel. Wir bewegen uns auf Turn 2 zu. Ein bisschen schwierig mit dem Bremspunkt. Als Referenz kann ich euch die Brücke hier geben, beziehungsweise das orangen Stück in der Leitplanke hier drüben. Aus der Onboard heraus sieht man jetzt durch die Uhr ein bisschen schlecht. Sobald ich hier das blaue Stück der Brücke nicht mehr in meinem Field of View sehe, beginne ich eigentlich das Lupfen und Bremsen für Turn 2. In etwa so. Halbstark auf die Bremse, müsst ihr nicht extrem viel Speed wegnehmen. Runter in den zweiten Gang, versuchen hier sehr weit innen auf den Curb zu kommen. Habt ihr noch ein bisschen Spielraum, könnt ihr sogar hier auf dem grünen zwei Räder platzieren. Das wird nicht schaden. Ihr braucht hier allerdings am Exit nicht so weit innen sein. Am Ausgang der Kurve, könnt ihr euch hier schön raustragen lassen. Denn wie ihr gleich sehen könnt, für Turn 3 können wir hier mit viel Schmackes Turn 3 komplett cutten. Solange ihr hier nicht in Skis kommt, wird es keinen Offtrack geben. Heißt, ihr braucht euch hier nicht zu arg rumschlängeln um Turn 2, sondern könnt ihr auch ein bisschen mehr Speed mit durchnehmen und weiter links aus der Kurve rauskommen. Turn 3 ist flat. Turn 4 unter Umständen ist auch flat. Set persönlich finde ich einen kleinen Lupfer zwischendrin ein bisschen besser am Apex. Wie ihr jetzt sehen könnt, hier am Exit beschwert sich das Heck doch sehr. Drum hier vielleicht das Gas ein bisschen zurücknehmen am Mittelpunkt der Kurve. Und dann wirklich warten, bis ihr aus der Kurve raus seid, bis ihr wieder am Vollgas seid. In dem Fall hat es mich jetzt hier ein bisschen was gekostet. Es ist kontrollierbar, es ist abfangbar. Wenn ihr euch das Leben aber ein bisschen einfacher machen wollt, eben hier ein bisschen zurückhalten mit dem Vollgas. Ihr könnt euch auch wieder schön weit raustragen lassen. Habt noch ein bisschen Spielraum hier. Auf dem Weg zu Turn 5. Ein bisschen schwierig mit dem Bremspunkt. Ihr könnt hier sehen, dass der Körb hier ein bisschen dunkler wird. Gefolgt von ein paar Reifenspuren auf der Strecke, neben der Strecke. Aus der Chase Cam, ihr könnt es jetzt auch besser sehen, in etwa auf der Höhe dieses orangenen Stücks hier an der Leitplanke sind diese Markierungen. Da ein bisschen einfahren, einspielen. Dann findet ihr diese Stellen auch auf der Strecke vor euch. Ich wollte nicht allzu stark auf die Bremse gehen für Turn 5. In dem Fall bin ich sie im dritten Gang angefahren und habe in den vierten Short geschifftet. Wenn ihr mit der Rotation zufrieden seid, könnt ihr sie auch komplett im vierten Gang nehmen. Macht von der Pace her keinen großen Unterschied. Bin hier lang auf der Bremse und versuche früh ans Gas zu gehen. Versuche hier den Körb sehr früh innen zu erklimmen und mich hier dann rumzuziehen. Bisschen Gegenlenken zwischendurch, aber das Auto bleibt sehr stabil dabei. Und hier habt ihr noch ein bisschen mehr Spielraum. Ihr könnt hier ruhig noch ein bisschen weiter nach links rausfahren, das würde euch keinen Off-Check geben. Wird euch auch ein bisschen bei der Rundenzeit helfen. Auf dem Weg zu Turn 6 halten uns ganz links, fahren wieder hier über den Körb drüber. Suchen uns das 100-Meter-Schild bzw. diese weiße Linie parallel zum 100-Meter-Schild aus. Gehen dabei recht stark auf die Bremse, runter in den zweiten Gang. Halten die Bremse lang. Ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, wenn ihr wieder über den Körb drüber kommt. Die Kante des Körbs, die wird das Auto ein bisschen rumziehen. Darum da ein bisschen auf der Bremse achten, dass ihr nicht zu schnell von der Bremse runter geht. Sonst kann euch das Heck ein bisschen überholen am Eingang der Kurve. Versuchen die Kurve recht eng anzufahren. Versuchen zwei Reifen auf dem Körb zu platzieren und gehen dabei wieder ans Gas über. Erneut diese 50-70% sage ich jetzt mal im ersten Moment. Hier war ich jetzt ein Stückchen zu früh am Vollgas. Ihr seht, ihr habt noch ganz schönen Lenkwinkel dabei. Sobald die Lenkung ein bisschen gerade habt und aufs Gas geht, ist das eigentlich kein Problem mit der Traktion. Und ihr habt ja am Ausgang wieder sehr, sehr viel Spielraum. Da habt ihr noch ein bisschen Platz. Also könnt ihr euch hier noch ein bisschen weiter raustragen lassen. Dann 7, Easy Vollgas. Auf dem Weg zu Turn 8. Ein bisschen eine schwierige Kurve. Wieder müssen wir uns mit dunkler werdenden Stellen auf dem Körb befassen, um uns einen Bremspunkt auszusuchen. Wie ihr sehen könnt, ich bin weit vorher auf der Bremse. Ihr könnt aber wirklich hier an diesen Markierungen rechts und links des Körbs beginnen zu bremsen. Ihr werdet dann die Kurve immer noch bekommen. Ist eben nur sehr schwer, sich darauf einzuschießen und wirklich den Punkt immer wieder zu treffen. Denn es sind mit die einzigen Anhaltspunkte, die wir hierfür haben. Bleiben dabei im vierten Gang. Brauchen noch nicht extrem viel Speed wegnehmen. Versuchen hier ganz auf den Körb drauf zu kommen. Und gehen dabei sofort wieder aufs Gas über. Ihr könnt, sobald ihr hier an dieser blauen Stelle innerhalb des Körbs seid, wieder ans Vollgas übergehen. Ihr braucht euch hier am Exit nicht komplett raustragen zu lassen. Es ist nur eine unnötige Distanz, die ihr euch hinter euch legt. Und ihr wollt auch ein bisschen darauf achten, dass ihr eben wieder schneller auf die linke Seite kommt für die nächste Bremszone für Turn 9. Wir haben hier wieder nur leicht angedeutete Reifenspuren auf der Strecke, die wir nehmen könnten. Hier links vom Körbs seht ihr drei so Reifenspuren. Für mich ist meist die mittlere die richtige gewesen als Bremspunkt für Turn 9. Wir schalten dabei runter in den dritten Gang. Erneut wie Turn 1. Ihr könnt auch in den zweiten runtergehen, wenn ihr mit der Rotation ein bisschen Probleme habt. Ist allerdings wieder eine ziemlich strapazierende Kurve für die Hinterreifen. Darum habe ich in dem Fall den dritten Gang bevorzugt. Versuchen hier wieder eng auf den Körb zu kommen. Könnt ihr sogar ein bisschen was von diesem grünen Körb mitnehmen. Die Balance wird ein bisschen überworfen dabei, ist es aber kontrollierbar. An der Stelle finde ich es aber besser, wenn ihr den nicht komplett mitnehmt. Frühernsgas, Frühernsvollgas, das Auto macht es gut mit. Hier an der Stelle für Turn 10 gehe ich ganz, ganz leicht auf die Bremse. Auch bevor ich, also ich bin eigentlich nie gerade mit dem Lenkrad, sobald ich hier draufkomme. Ich bin immer mit Lenkinput am Arbeiten. Im Idealfall wollt ihr natürlich komplett vom Gas sein und dann die Bremse betätigen, als beides gleichzeitig zu machen. Als nicht so förderlich. Ihr habt es in der Runde auch gesehen und werdet es auch gleich jetzt nochmal sehen. Am Exit habe ich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Darum lieber neutral sein mit dem Gas und dabei ein bisschen die Bremse antippen, um die Rotation zu bekommen. Und dann wieder geschmeidig ans Gas übergehen. In dem Fall war ich wieder viel zu hektisch, viel zu früh auf dem Vollgas. Muss hier viel gegenlenken und arbeiten, damit ich das Auto auf der Strecke halten kann. Die Off-Track-Regelung haben mir dabei jetzt in dem Fall geholfen. Hat mich aber ein bisschen Zeit gekostet. Darum da wirklich drauf achten, dass ihr kontrolliert ans Gas geht und auch die Lenkung dabei relativ gerade habt, wenn ihr das macht. Für Turn 11, 12 und 13 die kleine Schikane. Also diese Variante von Jerez nehmen wir nicht diese schnelle Passage, sondern haben die Schikane mit eingebaut. Habe ich zweierlei Referenzen, die ihr nehmen könnt. Einmal seht ihr hier einen ziemlich dunklen Streifen im Gas, links von euch. Andererseits habt ihr hier vor euch eine ziemlich helle Stelle im Asphalt, die ihr relativ gut als Referenz nehmen könnt. Ungefähr mein Bremspunkt. Ist auch sehr gut zu sehen, wenn ihr es ein paar Mal gefahren seid. Ansonsten wieder sehr, sehr unübersichtlich und nicht wirklich viele optische Referenzpunkte, die wir nehmen können. Darum hiermit am besten arbeiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir schalten dabei runter in den zweiten Gang. Ich war hier ein bisschen enthusiastisch am Entry. Ihr seht es auch, das Auto hat sich hier sehr beschwert. Ihr könnt ruhig mit beiden Rädern über diesen Crop rüberfahren. Das ist kein Problem. Das würde ich sogar ein bisschen helfen, das Auto noch rumzubekommen für die Linkskurve. Nur am Eingang ein bisschen kontrollierter von der Bremse gehen, ein bisschen kontrollierter mit dem Gas. Mit der Geschwindigkeit reingehen, wenn wir das Auto hier über den Crop nicht so faxen machen, wie in dem Fall. Spiel mit dem Gas hier für die Linkskurve. Gehen nie komplett vom Vollgas weg oder vom Gas weg. Und halten am Ausgang bei Turn 13 das Gas auf 100%. Ich habe jetzt ein bisschen liften müssen wegen diesem Crop. Ich empfehle euch den Crop nicht mitzunehmen. Wie ihr seht, das Auto wackelt ein bisschen darüber. Macht es ein bisschen schwieriger, bis das Auto dann wirklich in Position gebracht ist für Turn 14. Ihr könnt Turn 14 voll nehmen. Wollt dabei im Optimalfall natürlich zwei Räder hier auf dem inneren blauen Crop setzen, anstatt nur den Crop mitzunehmen, wie in dem Fall. Wärt euch aber einfacher fallen, wenn ihr hier diesen Crop ein bisschen ignoriert. Und für die letzte Kurve erneut ein bisschen unübersichtlich mit den Bremspunkten oder mit Referenzen für den Bremspunkt. Ihr habt hier wieder eine kleine Sammlung an Reifenspuren, die in etwa, ich sage jetzt in etwa, ist es nicht genau der Fall, aber in etwa auf der Höhe der Einfahrt der Box liegt. Ein bisschen weiter zurück. In dem Fall muss ich auch sagen, war ich wieder leicht konservativ auf der Bremse, könnt ihr ruhig noch ein Stückchen später auf die Bremse gehen. Heißt, wenn ihr euch hier an der Box ein Einfahrt orientiert, ist es schon mal ein guter Anhaltspunkt. Zudem hier auf der rechten Seite, sowohl direkt vor euch auf der Strecke, eben eine kleine Sammlung an Reifenspuren, die ihr nehmen könnt als Referenz für den Bremspunkt für die letzte Kurve. Wir schalten dabei runter in den zweiten Gang, erneut hier aufzupassen. Die Kante des Curbs kann das Heck ein bisschen unruhig machen beim Einlenken und kann ein bisschen zu Problemen führen. Darum hier ein bisschen aufpassen dabei, runter in den zweiten Gang, versuchen wir wieder eng auf den Curb drauf zu gehen. Wieder früh ans Gas, in dem Fall wieder ein bisschen zu früh am Vollgas, allerdings sehr kontrollierbar am Exit und könnt ihr wieder sehr viel mitnehmen. Zu allen Kurven gesagt, laut iRacing ist hier diese äußere Kante des Curbs das Limit. Meistens ist es durchs Kies begrenzt, aber wenn ihr zwei Reifen auf dem Curb halten könnt, dann seid ihr in der Regel auf der sicheren Seite. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen, wenn ja, dann teile es gerne, like es, lass auch gerne einen Kommentar da und wir freuen uns, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!